Wahrscheinlich bist du noch nie auf die Idee gekommen, dir ein Ei auf die Nase zu klatschen. Warum du es aber unbedingt machen solltest, weil die Vorteile einfach so enorm sind, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Doch zuerst müssen wir das Ganze etwas vorbereiten. Schnapp dir dafür ein Ei und schlage es auf. Jetzt solltest du das Eigelb von dem Eiweiß trennen. Denn alles, was wir hier für diesen Trick brauchen, ist das Eiweiß. Schnapp dir danach eine Gabel und verrühre es ein wenig. Du musst es nur ungefähr 90 Sekunden lang schlagen. Danach kannst du dir zwei Stück Klopapier nehmen. Mehr brauchen wir in der Regel nicht. Diese musst du jetzt außerdem noch etwas zurechtschneiden. Wie genau? Das zeige ich dir gleich noch. Sobald wir das Ganze zurechtgeschnitten haben, können wir uns auch schon das Eiweiß schnappen und es mit einem Pinsel auf unserer Nase auftragen. Lege jetzt das erste Stück Klopapier hier oben drauf und drücke es gut an, bevor du dann weiteres Eiweiß drüber verstreicht. Hier kannst du auch sehen, worauf es ankommt, wie groß das Klopapier sein muss. Denn es muss hier natürlich über die gesamte Nase passen. Sobald du etwas mehr von dem Eiweiß auf dem Klopapier verteilt hast, solltest du noch ein zweites Blatt oben rüber drücken. Und auch dieses wieder ordentlich einschmieren. Wenn am Ende alles richtig schön fest angedrückt ist, musst du es einfach so lassen und warten, bis es hart geworden ist. Denn wahrscheinlich hast du auch viele dieser kleinen, fiesen, dunklen Mitesser auf der Nase. Und sobald das Eiweiß hier hart geworden ist, kannst du das Klopapier vorsichtig seitlich abziehen und hast danach unglaublich viele dieser Mitesser jetzt auf dem Klopapier hängen. Leider sieht man es in der Kamera nicht direkt, aber man kann schon einige erkennen, wenn man etwas genauer hinguckt. So kannst du deine Nase auf einfache Art und Weise von diesen Mitessern befreien. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, warum du unbedingt Kaffee auf dein Klopapier geben solltest, dann schau dir das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf. Klicke direkt drauf.